Schabbat Shalom Schabbat Shalom Vergangenen Samstag haben wir die Reihe, die Predigtenreihe über die Heiligung beendet Und heute beginnen wir eine neue Predigtreihe Wir haben Zeit Vermutlich bis Jeschua wiederkehrt Und wir können es uns erlauben, neue Reihen von Predigten anzufangen Ich werde mit einer Illustration beginnen Die Tatsachen oder Fakten, die ich aus einem Buch genommen hatte Geschrieben von Norina Herz Und was übersetzt wird als das Jahrhundert der Einsamkeit Oder einsames Jahrhundert In diesem Buch bringt sie folgende Fakten In Israel Eine Gemeinde von orthodoxen Juden Die sich Haridim nennen Bilden 12% der Bevölkerung in Israel Aus der Perspektive der Nahrung Ernährungsweise Führen sie keine besonders gesunde Lebensweise Ich rede jetzt nicht von koscherner Nahrung Ich spreche darüber, dass sie sich keine Gedanken darüber machen, wie viel sie essen Wie viel Zucker sie benutzen Wie viel Fett sie benutzen Über Sport oder Fitness kümmern sie sich auch nicht sonderlich Und man sagt, dass diese israelische Bevölkerung der Haridim Um siebenmal mehr der Übergewicht und Leibfertigkeit oder sowas unterliegen Oder ja, das riskieren Als der andere Teil Und 54% dieser orthodoxen Haridim leben unter dem Armut Oder dem Armutsminimum Ja, Grenze Man könnte annehmen Dass ihr Leben kürzer ist, als bei anderen Israelis Das, was man in der Welt als gesund ansieht Ihre Lebensweise entspricht diesen Standards nicht Gleichzeitig Ist das Gegenteil Die Wahrheit Die Haridim leben länger als das, was ihr sozialer Status eigentlich einschätzen würde Oder bestimmen würde Das, was sie über ihr Leben kennen Sie beten Sie feiern Und arbeiten zusammen Sie helfen einander mit den Kindern Sie unterstützen sich in Anliegen, Nöten, auch im finanziellen Sinne Und geben einander Ratschläge Das ist ganz typisch jüdisch Ratschläge zu geben Also diese Gemeinde der orthodoxen Juden in Israel Lebt länger Gleichzeitig Gleichzeitig Ihre ganz enge Gemeinschaft hilft ihnen, lange zu leben Und andersherum Sollte es uns nicht wundern Dass unsere Kultur der Einsamkeit, der Isolation und überhaupt das Jahrhundert der Einsamkeit Uns zu psychischen Problemen bringt Zu keiner anderen Zeit wie im 21. Jahrhundert war der Mensch so einsam Besonders in der westlichen Welt Der Mensch baut sich ein Netzwerk von Freundschaften in den sozialen Medien auf Und könnte vielleicht Millionen von Followern haben Aber jeder, der Millionen von Followern hat, der gibt Zeugnis davon, wie einsam er ist Viele löschen sich, löschen all ihre Daten aus den sozialen Netzwerken Und die Menschheit oder zumindest die westliche Gesellschaft hat beschlossen Die Freundschaft, diese digitale Freundschaft mit der realen Freundschaft auszutauschen Und dabei bleibt der Teil der Menschen einsam Außerdem in der westlichen Gesellschaft Fahren wir in unseren eigenen Autos Wir leben in unseren eigenen Wohnungen Wir versuchen in den Hotelzimmern Ja mindestens, oder nee, Maximum noch mit unserem Ehepartner zusammenzuleben Sogar vor Covid-Zeiten Haben wir versucht, eine gewisse Distanz zu behalten Um nicht zu nah zueinander zu kommen Ich brauche meine Privatsphäre Das ist normal Auf der einen Seite Auf der anderen Seite wird die Gesellschaft immer mehr und mehr einsam Die ersten Jahre meines Lebens habe ich in einer Mietwohnung In einer kommunalen Wohnung Wir hatten zwei Zimmer In dem einen Zimmer In dem einen Zimmer lebten meine Großeltern In dem anderen Zimmer lebten meine Eltern mit mir Und in der gleichen Wohnung 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 Lebten wahrscheinlich, glaube ich, noch drei andere Familien Wir hatten eine gemeinsame Küche Aber ich erinnere mich Aber ich erinnere mich Die an die Schlangen An das Anstellen, bevor man auf die Toilette kommt Zum Beispiel Wir hatten andere Lebensbedingungen Menschen kannten sich besser Menschen wussten, wie sie gegeneinander kämpfen konnten Aber gleichzeitig wussten sie auch Wie sie miteinander überleben konnten Man musste also einen gemeinsamen Nenner finden Damit man in Frieden leben konnte Heute versucht der Menschen Seine Privatsphäre zu kommen Damit er nicht kämpfen muss Damit er nicht sozusagen überleben muss Dass er sich nicht anpassen muss Dass er nicht warten muss Er kann zu spät kommen Er kann mit sich selbst so sein, wie er es möchte Uütно und gut Ganz bequem und gut Ich bin mit mir Und das ist gut so Aber die Forscher zeigen Dass Einsamkeit zu Problemen, zu Krankheiten Und im schlimmsten Fall zum Tod führen kann Auch zum Tod Es führt auch zum Tod Denkt darüber nach Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen Gott hat den Menschen so erschaffen Dass er in einer Gesellschaft lebt Mit dem Ehepartner Mit Freunden Mit Kindern Mit den Eltern Mit dem Dorf Das einen umgibt Oder ein Städtler Um in einer Gemeinde Gemeinschaft zu leben Und man sagt, dass in dem Menschen Hormone eingelegt sind Die entweder entscheiden Du kämpfst Oder du fliehst Und jetzt stellt euch vor Du bist alleine Und dabei nimmst du vielleicht Oder empfindest du Stille Ruh Ruh Tебä Niemand Berührt Dich Du hast Keinen Stress Aber dein Körper Produziert weiterhin diese Hormone 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 Das sind Hormone Die uns das Gefühl Geben Oder den Eindruck Geben Dass wir In Gefahr Sind Du sitzt Also ganz friedlich Tебä Und nichts Sorgt dich Aber dein Körper Produziert weiterhin Dieses Hormone Das produziert werden Sollte Im Falle Einer Gefahr Und als Ergebnis Pokазывает Что У человека Одинокого Zeigt Seht Sich Dass Bei einem Einsamen Menschen У него Реально Растет Уровень Холестерина Sein Cholesterinspiegel Steigt У него Реально Повышается Давление Sein Blutdruck Steigt И Его Cortisol Tоже Повышается Und Sein Cortisol Ebenfalls Steigt Быстрее Und zwar Schneller Als wenn Er Nicht Alleine Oder Einsam Wäre Oder Schneller Als wenn Er Unterstützungen Von der Seite Fühlen Würde Der Friede In Einsamkeit Ist Eine Lüge Eine Lüge Die Dem Widerspricht Wie Unser Körper Geschaffen Wurde Повышение Холестерина И Давление Кровяного Приводит Negативным Последствием На Наш Организм Erhöht Erhöhter Blut Druck Oder Erhöhter Cholesterinspiegel Führt Zu Krankheiten Oder Problemen Одиночество Таким Образом Приводит К тому Что Растет Наше То есть Внутреннее Напряжение Die Einsамkeit Führt Also Dazu Dass Unsere Innere Anspannung Wächst In unserem Gehirn Und Das Führt Dazu Dass Wir Innerlich Eine Entzündung Sozusagen Haben Und Wenn Diese Anspannung Weiterhin In unserem Körper Steigt Wird Unser Immunsystem Dadurch Geschwächt Und Wir Sind Noch Mehr Dem Risiko Ausgesetzt Krank Zu Werden Deswegen Ist Es Nicht Verwunderlich Dass Одинok Menschen Ich Chance Po Strada Ad Insult 32 32 32 Prozent Bольше Чем U Ludie Которые Nie Одинoki Menschen Die Also Einsam Sind Haben Eine Größere Chance Und Zwar Um 32 Prozent Ein Herz Infarkt Oder Insult Ein Schlaganfall Zu Erleben Und 29 Prozent Wysche Ich Chance Получit Serdечные Probleme Und Um 29 Prozent Sind Sie Mehr Der Gefahr Ausgesetzt Einen Herz Schlag Zu Erleben Und Jetzt Hört Mal Einzame Menschen Unterliegen Um 62 62 64 Unterliegen Um 64 Prozent Eine Größere Chance Einer Klinischen Demenz Zu Erfahren Das Was Uns Als Gut Und Richtig Erscheint Führt In Wahrheit Zu Zerstörerischen Konsequenzen Die Zum Tod Führen Die Zu Krankheiten Und Dem Tod Führen Wieso Möchte Der Mensch Einsam Sein Einige Möchten Das Tatsächlich Weil Sie Auf Der Einen Seite Konflikte Vermeiden Möchten Und Probleme Und Schmerz Wenn Gott Uns Erschaffen Hat Um In einer Gemeinschaft Zu Sein Wenn Das Ganz Tief In unserem Organismus Ja Da Ist Bedeutet Es Dass Der Mensch Ein Bedürfnis Danach Hat Ein Bedürfnis In Gemeinschaft Oder In Gesellschaft Zu Sein Ein Bedürfnis Mit Anderen Menschen Zu Sein Ein Bedürfnis Eine Familie Zu Haben Und Freunde Zu Haben Das Ist Eine Von Gott Gegeben Oder Von Gott Gegeben Bedürfnis In unserem Körper Menschen Die Krank Sind Und Einsam Sind Sie Sterben Schneller Und Und Um Nicht Einsam Zu Sein Hat Der Mensch Auch Ein Bestimmtes Innerliches Bestreben Er Möchte In einer Gesellschaft Sein Aber Um In dieser Gesellschaft Sein Zu Können Muss Begreifen Dass Er In dieser Gemeinde Gemeinschaft Gesellschaft Angenommen Ist Und Um Angenommen Zu Sein Muss Er Begreifen Dass Er Von Bedeutung Ist Und Das Was Der Mensch Versucht In Sich Am Leben Zu Halten Seine Eigene Bedeutung Wir Sehen Wie Menschen Das Tun Einige Stehen Hier Und Predigen Um Zu Fühlen Ja Ich Bin Wichtig Ich Bin Von Bedeutung Einige Spenden Geld Den Not Landen Um Zu Fühlen Ja Ich Bin Wichtig Andere Helfen Not Landen Oder Bedürftigen Um Zu Fühlen Ja Ich Bin Wichtig Pod 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 D 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 Dadurch, dass wir uns wichtig fühlen wollen. Weil wir denken, dass unser Platz in der Gesellschaft davon abhängt, wie wichtig oder von welcher Bedeutung wir in dieser Gesellschaft sind. Wenn ich einfach nur komme und nur rumsitze, manchmal mag einer denken, wofür bin ich überhaupt? Was ist denn der Sinn in mir, in dem Ganzen? Warum bin ich hier? Wir sind in einer ständigen Suche der eigenen Bedeutung. Ob wir das wollen oder nicht. Wir haben eigene Vorstellungen davon, was es bedeutet, wichtig in der Familie zu sein. In einer Ehe. Wir haben eine eigene Vorstellung davon, was es bedeutet, ein wichtiger Vater zu sein. Oder ein wichtiges Kind. Eine wichtige Mama. Oder eine wichtige Tochter. Ein wichtiger Freund. Ein Diener einer Gemeinde von Bedeutung. Wir haben viele unterschiedliche Vorstellungen diesbezüglich. Sie sind diktiert von unserer Vergangenheit. Nämlich von unserer Erfahrung. Nämlich von unserem Organismus. Nämlich von unserem Genetischen Zusammenstellung. Unserem genetischen Zusammenstellung. Ein ganzer Komplekt. Und das alles ergänzt sich. Und wenn wir uns nicht von Bedeutung fühlen können. Чaще всего происходят две вещи. Passieren meistens zwei Dinge. Das erste ist, der Mensch geht einen Schritt zurück. Verschließt sich in sich selbst. Und geht in die Einsamkeit. Ein Mensch, der Mobbing erfährt oder der ganz aktiv nicht angenommen wird und abgelehnt wird in einer Gesellschaft. Oder ein Mensch, der warum auch immer da denkt, dass er nicht gebraucht wird. Der verschwindet aus diesem Umfeld, aus dieser Gesellschaft. Im besten Fall sucht es oder im guten Fall sucht es nach einer anderen Gesellschaft. Der Mensch sucht sich neue Freunde. Eine andere Familie. Einen anderen, ja, Freundeskreis oder Bekanntenkreis für Hobbys. Oder wenn er schon, ja, genug unterdrückt ist oder bedrückt. Und vielleicht auch in einem depressiven Zustand ist. Dann verschließt er in sich selbst. Und er sitzt einfach nur. Und er produziert in sich, in einem besseren Fall, als Depression oder Selbstmordgedanken, ja, eine Nicht-Fühle oder ein Zustand von Nichts-Fühlen. Und wie wir bereits gesagt haben, das führt zu Krankheiten. Das führt zu Krankheiten. Und zu frühem Tod. Das ist unsere Bedeutsamkeit. Inwieweit sind wir bedeutsam für andere. Und inwieweit nehmen wir uns selbst als bedeutsam wahr. Das entscheidet über unsere Gesundheit. Nun, nicht entscheidet. Oder bis zu einem gewissen Grad bestimmt es unsere Gesundheit. Und das bestimmt in einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad auch unsere, wie lange wir leben. Menschen, die sich bedeutsam fühlen. Und nützlich. Okay. Die sehen, ja, glücklicher aus. Und Menschen suchen nach dieser Bedeutsamkeit. In der Arbeit. In der Anerkennung der anderen. Darin, dass andere Gemeinschaft mit ihnen haben wollen. Darin, dass sie irgendwie bekannt sind. Oder beliebt. Darin, wie gut sie sind. Und wie dankbar andere dafür sind. Wenn all diese Dinge geschehen, dann haben wir sozusagen ein positives, ja, ein positives Sprungbrett von Emotionen. Wir haben eine ganze Sammlung an Dingen, die uns zeigen können, wie bedeutsam wir sind. Und das. Und das. Und das. Und das определяет, определяет, наше, как бы даже человеческое достоинство. Bestimmt irgendwo auch unsere menschliche Würde. Один из психологов. Einer der Psychologen. Lorenz Krabb. Lorenz Krabb. Lorenz Krabb. Ein grundlegendes Bedürfnis, persönliches Bedürfnis eines jeden Menschen ist, dass er sich von Bedeutung fühlen möchte. Ein anderer Psycholog, Wilhelm Glasser, hat geschrieben. Er schreibt, dass jeder ein Bedürfnis danach oder ein Bestreben danach hat, ein glückliches, erfolgreiches Leben zu führen. Und eine. Nein, 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 nein. Еще раз. Okay, nochmal. Jeder strebt danach, ein erfolgreiches, glückliches und ein genussbringendes Selbstbild zu haben. Das heißt, der Glaube an sich selbst ist essentiell wichtig für jeden einzelnen Menschen. Und wenn dieser Glaube an sich selbst da ist, dann fällt es dem Menschen einfacher, Gemeinschaft mit anderen zu haben. Und auf diese Art und Weise lebt der Mensch gesünder und länger. Zur gleichen Zeit, gibt es etwas, was Gott für uns getan hat. Und das, was die Bibel uns sagt, entspricht bei weitem nicht, wie unsere psychische Wahrnehmung funktioniert. Wir sind betrogen worden darin, wie wir unsere Bedeutsamkeit bestimmen können. Unsere Wichtigkeit in dieser Welt oder Bedeutung wird nicht dadurch bestimmt, was für ein Vater ich bin oder du eine Mutter. Wird nicht davon bestimmt, was für ein Sohn oder eine Tochter du bist. Wird nicht davon bestimmt, was für eine Ehefrau du bist oder ein Ehemann. Das wird nicht durch deine Noten bestimmt. Und nicht deinen Erfolgen. Auch nicht das, was du erreichst. Auch nicht von deinen Followern oder Abonnenten. Es wird nicht von der Anzahl deiner Freunde bestimmt. Und auch nicht davon, wie stark du respektiert wirst von anderen Menschen. Es wird nicht von deinem Finanzen bestimmt. Und auch nicht von deinem Hab und Gut. Und diese Liste kann man weiterführen. Das alles entscheidet oder bestimmt nicht, wer du bist. Das bestimmt nicht deine Identität. In Übereinstimmung mit der Bibel oder entsprechend der Bibel gibt es ganz andere Kriterien. Und über diese Kriterien werden wir nächsten Samstag sprechen. Wir werden versuchen, oder wir werden den satanistischen Code durchbrechen. Wir werden die Lüge des Menschenmörders mit der Wahrheit Gottes austauschen. Wir werden Schritt für Schritt gehen zu dem Verständnis, wer wir sind. Wer du bist, wer ich bin und worin unsere Bedeutung liegt, unsere Würde. Wir werden dahin gehen, dass wir nicht in Isolation sitzen bleiben. in der Selbstbemitleidung, in den Vorwürfen gegenüber einem selbst, in den Gesprächen mit sich selbst. Ich werde nichts schaffen und mir wird nichts gelingen. Und schon wieder hast du es falsch gemacht. Und wieder denkt man so über dich. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich kann nicht normal in einer Gesellschaft sein. Ich werde nicht geliebt. Man möchte keine Gemeinschaft mit mir haben. All diese Lügen werden wir zerstören und Richtung Gesundheit gehen. Zur geistlichen Gesundheit. Zu einem gesunden Verständnis davon, wer du bist. Wir werden gehen in der Suche nach unserer eigenen Würde und unserer Bedeutung. als eine der grundlegenden Bibelstellen dafür oder als ein Anstoß für all diese Dinge. Ich möchte einen Ausschnitt aus der Bibel nehmen, der mich diese Woche sehr berührt hat. Ich habe das oft gelesen, aber auf eine besondere Art und Weise bin ich darauf aufmerksam geworden in den vergangenen Tagen. Vielleicht, weil ich das auf Griechisch gelesen habe. Ich denke nicht. Einfach, in dem Moment hat Gott einfach zu mir so gesprochen. Epheser 3, ich werde vom 14. bis zum 21. Vers lesen. Davor hat Rebbe Schaul, Apostel Paulus, mehrfach davon gesprochen, was für eine Gnade wir von Gott bekommen haben. Er sprach davon, dass wir in Jeschua, das uns in Jeschua vergeben ist. Wir sind in den Himmel gesetzt. Und das alles nach der Gnade Gottes, nach seiner Barmherzigkeit, nicht von unseren Werken. Die Juden haben das empfangen, was ihnen verheißen war. Die Nicht-Juden sind dazu gekommen, was den Juden versprochen war. Und all das geschieht in Jeschua, unabhängig von der Nationalität, Volkszugehörigkeit, unabhängig vom Geschlecht oder Alter. Wir haben nach der Gnade empfangen, die Adoption Gottes. Wir sind zu seinen Kindern geworden. Paulus schreibt, dass das, was für die vergangenen Generationen ja verschlossen war, in Jeschua jetzt offenbar wird. Jetzt leben wir danach. Und nachdem er all diese Dinge gesagt hat. Er hat sogar gesagt, sorgt euch nicht um mich oder meine Probleme. Bei mir wird alles gut sein. Sogar das für euch, euretwillen. Danach beschloss er zu beten. Oder zumindest ein Gebet zu beschreiben. Ephesians 3, 14. Ephesians 3, 14. Ephesians 4, 15. Ephesians 4, 15. Ephesians 4, 15. Amen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn, Jeschua, Messias. Von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Dass er, dass er auch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen. Dass der Messias durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Messias zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Messias Jeschua. Auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. In diesem Moment stand Paulus auf seinen Knien Oder zumindest sehe ich das so. Und hat gebetet. Er hat zu Gott gebetet, der über alles herrscht. Und der Jeschua gesandt hat. Und er hat gebetet, damit nach dem Reichtum der Herrlichkeit Gott den Ephesern die Möglichkeit gebe im Geist gestärkt zu sein im inneren Menschen. Damit der Messias in die Herzen der Epheser gelangen kann. Achtet darauf. Sie waren bereits Gläubige. Sie waren bereits im Geist. Sie waren bereits im Leib des Messias. Wir wissen das aus den vergangenen Kapiteln und Versen. Aber Paulus hat weiterhin gebetet, damit der Messias in ihren Herzen ja noch mehr gewurzelt wird. Damit der Heilige Geist sie noch mehr festigt. In dem, wer sie sind. Und was sie haben. Damit sie gewurzelt. Und gegründet in Liebe. Damit sie gestärkt und fest in der Liebe sind. Und ich glaube nicht, dass an der Stelle in erster Linie von ihrer eigenen Liebe gesprochen wird. Ich sehe hier eher die Liebe von Jeschua. Und die Liebe Gottes. Übrigens. Ein Mensch kann andere Menschen lieben. Besonders kann er sie aber lieben, wenn er begreift, dass er geliebt ist. Ein Mensch, der sich geliebt fühlt oder geliebt ist. Er ist freundlicher. Ein Mensch, der versteht, dass man ihn liebt. Er ist nicht nur glücklicher. Sein Leben ist leichter. Und es fällt ihm leichter, seine Liebe mit anderen zu teilen. Und nicht nur mit denjenigen, die ihn lieben. Sondern auch mit anderen Menschen. Die Liebe gibt Kraft. Ein freundliches Wort gibt Energie. Und hier schreibt Paulus, damit ihr die Liebe erkennt. Und ihr in der Liebe gewurzelt seid. Und wenn das geschieht, werdet ihr nicht nur dieses Universum begreifen, sondern die Größe des Planes Gottes. Und wenn das geschieht, die alles übersteigende Liebe des Messias zu erkennen. um mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt zu werden. Und wenn das geschieht, werden wir in ganzer Fülle verstehen können, was Gott sogar viel mehr tun kann, als das, wovon wir träumen. Schaut euch noch mal den 20. Vers an. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Er kann sogar viel mehr tun, als in unseren besten Träumen. Er kann nicht nur ein Wunder tun, sondern mehr als Wunder. Er kann uns verändern und er kann die Welt um uns herum verändern. Mich erfreut dieser Vers. Mehr als das, was wir bitten. Ich habe um das eine gebeten und er kann noch mehr geben. In meinem Traum oder mein Traum hat nicht mal gereicht, so hoch zu denken. Er kann aber noch mehr geben. Schaut euch den 19. Vers an. Und die Liebe des Messias zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt. Das ist Wahnsinn. Das zu verstehen, was jeglichen Verstand überschreift. Und das alles im Zusammenhang mit der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes kann in uns das hervorbringen, was wir uns nicht mal erträumen können. Die Liebe Gottes zu verstehen. Das Verständnis über die Liebe Gottes kann uns Geheimnisse offenbaren, die wir vorher nicht begriffen haben. Und deshalb unsere Würde und unsere Bedeutsamkeit in dieser Welt sind unzertrennlich verbunden. Nicht mit dem, wer ich für dich bin. Und nicht mit dem, was du über mich denkst. Oder was über mich andere Menschen denken. In erster Linie ist das mit dem verbunden, wer ich für Gott bin. Und was er über mich denkt. Und wir werden darüber sprechen. Und wie ich bereits gesagt habe, werden wir Schritt für Schritt werden wir von diesem satanischen Code oder der Formel gehen, die in uns Einsamkeit hervorbringt, die uns dabei hilft, uns selbst zu hassen, die uns hilft, uns zu niederzudrücken, uns aller Kraft zu rauben, zu träumen, zu glauben, zu beten, uns von dem Verstand zu berauben, was die Geheimnisse Gottes sind. Und wir werden in die Liebe Gottes gehen. Und das ist mein Gebet, wie Paulus damals, damit wir dem Messias erlauben, in uns hineinzukommen. Und erlauben, dem Heiligen Geist in uns zu wirken. Und uns in der Liebe Gottes zu wurzeln und zu gründen und wahrhaftig zu verstehen, wer ich bin, wer du bist. Ich glaube daran, dass das, worüber wir sprechen werden, nach dem Wirken des Heiligen oder Mittels des Heiligen Geistes, für immer das Leben verändern kann. mein Leben und dein Leben. Wenn du das noch nie getan hast, hier oder im Internet, bete, Sprech mir jetzt einfach nach, selbst wenn du das schon mal getan hast. Herr, ich liebe dich und ich preise dich für Jeschua. Ich danke dir, dass Jeschua für meine Sünde gestorben ist. Ich danke dir, dass er aus den Toten wiederauferstanden ist. Ich möchte Jeschua folgen in allen Situationen. Und ich bitte dich um Vergebung um Vergebung für das, wo ich gesündigt habe. Und ich weiß, dass du mir vergibst. Dank Jeschua. Reinige mich. und führe mich dir nach. Ich nehme diese Macht an, ein Kind Gottes zu sein, die du mir schenkst in Jeschua. Ich nehme diese vollkommene Adoption an und ich gehe zu dir um meine Bedeutsamkeit und meine Würde zu suchen. Im Namen Jeschuas. Amen. 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 Vielen Dank.